Im heutigen Video gehe ich auf ein paar Fragen aus den Kommentaren ein. Wie funktioniert die Stereoübertragung beim UKW Rundfunk? Das ist, wenn man so will, die Fortsetzung und der inoffiziell vierte Teil zum Thema Rundfunktechnik. In der Videobeschreibung verlinke ich ein paar Video-Empfehlungen, die als Vorbereitung oder Ergänzung dienen können und auf die wir heute aufbauen werden. Hallo und herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Mit der Einführung der Stereophonie verdoppelte sich der Aufwand bei der Audioübertragung, denn es müssen zwei voneinander unabhängige Audiosignale übertragen werden. Für jedes Ohr ein Kanal. Wie ein normales Monosignal per Frequenzmodulation gesendet wird, wurde in den Grundlagen der Rundfunktechnik Teil 3 erklärt. Wie schaffen wir es aber nun, zwei unabhängige Audiokanäle zu übertragen? Eine wichtige Forderung beim Übergang zum Stereophonen Rundfunk ist die Abwärtskompatibilität. Das bedeutet, Stereosender sollten auch mit den alten Monoempfängern weiter empfangbar sein. Genauso achtete man auch darauf, dass bei der Einführung des Farbfernsehens sich nicht jeder einen neuen Fernseher kaufen musste und Farbsendungen auch weiterhin schwarz-weiß sehen konnte. Heute im digitalen Zeitalter nimmt man darauf kaum noch Rücksicht. Der DAB Plus Standard ist nicht kompatibel zum DAB Rundfunk. Die etwa 500.000 verkauften DAB Empfänger sind heute nur noch Elektronik Schrott. Auch das DVB-T2 Fernsehen ist mit den alten DVB-T Empfängern nicht möglich. Da ständig neue Codierungs- und Komprimierungsverfahren entwickelt werden, wird auch die Lebensdauer der derzeit aktuellen Technik begrenzt sein. So komisch sich das anhört, aber obwohl heute jeder davon redet, dachte man damals wesentlich nachhaltiger. Aber kommen wir wieder zurück zum UKW Stereo-Rundfunk. Die einfachste Methode der Stellübertragung wäre eine zweite Trägerfrequenz zu nehmen und auf jeder Frequenz je einen Kanal auszustrahlen. Ein Monoempfänger könnte dann aber nur entweder den linken oder den rechten Audiokanal empfangen. Diese Variante wäre zwar technisch einfach umsetzbar, aber nicht kompatibel. Die Lösung nennt sich Pilot-Ton-Multiplex-Verfahren. Da die Frage kam, klären wir erstmal, was ein Pilot-Ton überhaupt ist. Das ist in der Regel eine einzelne Frequenz, die parallel zum eigentlichen Signal übertragen wird und zur Steuerung oder einfach nur zur Anzeige eines bestimmten Betriebszustandes dient. So strahlen zum Beispiel in intern geschlossenen Funknetzen die Sender einen Pilot-Ton aus, um sich zu erkennen zu geben. Sender ohne Pilot-Ton werden von den Empfängern ignoriert. Oder man benutzte einen Pilot-Ton, um beim Tonfilm die getrennt aufgezeichnete Bild- und Toninformation zu synchronisieren. Beim UKW Rundfunk ist die Hauptaufgabe des Pilot-Tons anzuzeigen, ob es sich um einen Stereo-Sender handelt. Die Stereo-Anzeige im Empfänger wird einfach durch das Vorhandensein des Pilot-Tons eingeschaltet. Allerdings bedeutet das nicht, dass auch ein Stereo-Signal übertragen wird. Denn der Pilot-Ton wird nicht jedes Mal abgeschaltet, wenn man eine alte Mono-Aufnahme abspielt oder bei Nachrichtensendungen, die nur an einem Mikrofon gesprochen werden. Die Anzeige sagt nur, dass es sich um einen Sender handelt, der Stereo-Signale übertragen kann. Der Pilot-Ton ist aber nur ein Teil des Stereo-Multiplex-Signals oder auch kurz MPX-Signals. Ein Multiplex-Signal besteht aus mehreren Informationen, die zeitgleich übermittelt werden. Um ein abwärtskompatibles Signal zu bekommen, wird die Links-Rechts-Information zunächst in ein MS-Signal umgewandelt. Wer das Video zur Stereo-Basisbreiten-Regelung aus dem letzten Adventskalender gesehen hat, kennt das schon. Beide Kanäle werden zunächst addiert und subtrahiert. Aus der Addition, also der Zusammenschaltung der Kanäle, wird das Mono- oder auch Mittensignal. Die Differenz ergibt das Seitensignal. Darin steckt der eigentliche Raumklang, also das, was ein Stellsignal vom Monosignal unterscheidet. Das M-Signal belegt ganz normal den Bereich bis 15 kHz, was ja die höchste beim UKW-Rundfunk übertragene Frequenz ist. Das Seitensignal wird jetzt mit einem Hilfsträger von 38 kHz gemischt und Amplituden moduliert. Der Träger wird dabei unterdrückt. Es entstehen zwei Seitenbänder, bis 15 kHz unterhalb und oberhalb von 38 kHz. Die Frequenz des Hilfsträgers wurde so gewählt, dass zwischen M- und S-Signal ein Sicherheitsabstand bleibt, damit sie sich nicht beeinflussen. Dazwischen bei 19 kHz liegt der Stereo-Pilot-Ton. Das entspricht der halben Hilfsträgerfrequenz. Das MPX-Signal besteht also aus drei Teilen. Es belegt den Bereich bis 53 kHz. Wir sind immer noch im Niederfrequenzbereich. Erst jetzt wird der Hochfrequenzträger des Senders mit dem Multiplex-Signal Frequenz moduliert. Sehen wir uns die einzelnen Schritte nochmal im Blockschaltbild des Senders an. Linker und rechter Kanal werden addiert und subtrahiert. So entsteht ein MS-Signal. Aus einem 19 kHz Oszillator werden die 38 kHz erzeugt und mit dem Seitensignal gemischt. Jetzt werden nacheinander das Mittensignal und der 19 kHz Pilotton dazugegeben. Mit dem fertigen MPX-Signal wird die Sendefrequenz Frequenz moduliert und abgestrahlt. Wir haben hier also zwei verschiedene Modulationen. Eine Amplitudenmodulation im Niederfrequenzbereich und die Frequenzmodulation des Hochfrequenzträgers. Sehen wir uns die Empfängerseite an. In einem D-Modulator wird als erstes das MPX-Signal zurückgewonnen. Ein Monoempfänger ignoriert die Frequenzen oberhalb von 15 kHz und gibt einfach das M-Signal wieder. Beim Stereoempfänger muss zunächst mal das Seitensignal wieder demoduliert werden. Dazu muss der 38 kHz Träger wieder hergestellt werden. Wichtig ist, dass der Träger phasenrichtig mit den Seitenbändern zusammengeführt wird. Eine Möglichkeit ist, den Träger wieder aus dem Pilotton zu gewinnen. Dazu wird der Pilotton herausgefiltert und verdoppelt. Von hier aus wird auch die Stereoanzeige gesteuert. Eine andere Möglichkeit wäre, den Träger über einen lokalen 38 kHz Oszillator zu erzeugen und mit einer PLL, also einer Phasenregelschleife, mit dem Pilotton zu synchronisieren. Egal wie der Träger zurückgewonnen wird, jetzt entsteht durch einfache Hüllkurvendemodulation das S-Signal. Um wieder einen linken und rechten Kanal zu bekommen, werden M- und S-Signal wieder addiert und subtrahiert. Aus der Summe von M- und S wird der linke Kanal. Und die Differenz ergibt den rechten Audiokanal. Später gab es noch Versuche, das MPX-Signal zu erweitern mit Verkehrsfunk oder RDS. Der Aufwand, den man mit der Stähdecodierung treiben muss, hielt sich bald mit der Herstellung passender integrierter Schaltungen in Grenzen. Ich habe bei meinem alten UKW-Tuner den ursprünglich diskreten Decoder auch durch eine integrierte Lösung ersetzt. Manche Tonbandgeräte hatten ein zuschaltbares MPX-Filter, das bei Aufnahmen von Rundfunkempfängern aktiviert wurde. Wozu diente das? Es unterdrückt die Reste des Pilottons oder des Hilfsträgers im Stereo-Signal, die zu einer unnötigen Magnetisierung des Tonbandes führen würden oder zu einem unangenehmen Pfeifen, wenn sich die 19 oder 38 kHz mit der Löschfrequenz des Bandgerätes mischen. Besser ist es natürlich, die Frequenzen schon im Empfänger sauber herauszufiltern. Ich hoffe, dass ich die meisten Fragen zum UKW Stereo-Rundfunk beantworten konnte und würde mich über eine entsprechende Anerkennung freuen. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Bis demnächst.